ich habe euch ja letzten gefolgen gesagt heute kommt nämlich das video online heute war mir nämlich das wichtigste minecraft die diamanten leute diamanten findet man ab höhe zwölf oder 11 leute ich hab die koordinaten schaden gekriegt egal leute wir holen uns erst mal ein bisschen blätter unser haus ein bisschen auszurüsten ich habe mir nämlich gedacht ein unser haus ein bisschen größer zu machen weil so ein kleiner klumpen zum scheiß brauchen wir nicht so einen kleinen klumpen klumpen aber egal wir holen uns erst mal ein bisschen blätter wir holen uns erst mal ein bisschen laubblätter da oben ist ein bisschen eisenhaken geht auch schnell aber leute man kann nur das kann den ganzen laub mit einer schere erwachen letzten jahr ich euch gezeigt wie man ja eine schere macht auf diesem kanal werde ich erstmal mal kurz anfangen erst mal starten und viel die haben gefragt florian zeig dich doch mal na gut ich zeig mich mal das ganze laub können wir da uns ein setzling machen so jetzt holen wir uns noch den bisschen rest und schütteln und glatt weil es regnet ab in unserer base regnen natürlich unsere erste nacht haben überlebt gut jetzt können wir es mal weiter und erlaub abbauen ich habe erstmal gras leute da hinten sind noch ein bisschen blätter die müssen wir leute auch erst mal holen manche laufe haben braucht ganz schön viel gras so gott haben wir genug für unsere base sind ja das machen sand auch hier so eine kleine ist es in der höhle gut dann holen wir uns hier gleich diamanten und die wichtigste frage war auch wie wie man diamanten findet das heute unsere nicht so kann man die ja nicht abnahme der schaufeln so muss mit der leute jetzt unsere unsere hacke ist im arsch habt ihr habt gehört oder können wir auch unter geil wie gesagt in einer höhle ist hat unser ton gerade gewesen durch welcher ton sind unsere base nach dass man es hier das ist ein bisschen eine kleine missthaufen hier egal jetzt haben wir uns erstmal diese höhle nachher die wir nachher gefunden haben machen uns zu ersatz gucken ob wir noch ein bisschen eisen haben halt bestimmt noch gelagert heißen wird ich noch gut gebrauchen aber ich habe doch eisen mitgenommen oder nicht also habe ich nicht mehr oder ist es noch hier dran ach bin ich blöd ach dann jeder ist das ganze glas drin weil ich habe mir vorgenommen die seines glashaus zu machen weil ein glashaus ist unser anfängerhaus sofort wir machen uns leute erstmal ersatz nichts von eisen gelagert oder wie das ganze schon für dann die ganzen müll auch gebraucht ich glaube ich habe ich die ganzen hatten auch gebraucht scheiße egal da finden wir unterwegs schon ein bisschen eisen was haben wir nämlich noch eine werkbank mit dafür gehen wir jetzt richtung mal jetzt habe ich auch was abbauen können aber egal zu ersatz haben wir unsere noch unsere noch unsere stand spitzhacke dafür kommen wir ja hallo esel würde natürlich esel mag verstehe ich dass viele esel mögen eisen geil ich habe ich doch gleich gewusst sie finden hier noch eisen geil gut guck mal ob hier noch eine werkbank habe ja nicht noch schwert machen wir auch noch vorteile wie macht man ein blatt überhaupt scheiße macht noch mal blätter weil leute ich wollte mir noch eine kleine map machen das machen wir natürlich noch in diesem video immer wenn wir unsere diamanten gefunden haben und gefunden haben gefühlt haben gefunden haben wo man nicht findet wohl hier heute im stress keine ahnung warum oder leider ausfällen auf instagram haben mich einen post gepostet auf tiktok nämlich gepostet dass sie mich scheiße fail fail lösen kleiner fehl was ich habe und kann sagen die ganzen fackeln dass immer erst mal hier im stock habe ich nur noch ein ich habe doch mehrere die stöcke sind eigentlich auch mist 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 oder oder ist hier noch eine höhle irgendwo und hier ist noch eine höhere die haben wir eben noch auch noch entdeckt da liegt ein apfel geil jetzt habe keine scheiße ein scheiße sondern keine keine fackeln kann man das nicht auf kohlekraftwerk 4 kriegen wir daraus weiß jetzt haben wir auch kein holz mehr warum haben kein holz mehr leute wir sehen uns gleich wir sehen uns ja gleich wieder kohlekraftwerk 4 kohlekraftwerk 4 kohlekraftwerk 4 Vielen Dank. 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 Ja, ja, hier. Ah, hier war noch Kohle. Nein, das bin ich nicht. Hier ist aber eine Schlucht. Redstone ist da unten. Wir, Leute, wir werden uns erstmal eine kleine Treppe da runter bauen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob wir da runter fallen werden. Aber werden wir ja. Wir nehmen uns als Sicherheit noch ein bisschen Kohle mit. Und jetzt mal hier runter bauen. Wir müssen erstmal aufpassen, diese Hacke wird nicht bis unten reichen. Da geht's runter. Und deswegen. Und deswegen. Und deswegen. Niemals. Und jetzt. 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 Wir müssen jetzt versuchen. nichts mehr in der hacke ist kaputt 321 kaputt da habe ich gleich gewusst wenn wir nun keine diamanten sind dann gehen wir wieder nach oben ja die wir heute natürlich noch ein paar steine die ruhe kommt auch noch gut gebrauchen ein tod den jeden mal passieren kann ja schön der elf die rüte und elf erde geil jetzt in erde round round vielleicht nur vielleicht bis unten reichen würde uns hätten wir was anderes nehmen können okay Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn wir jetzt runterfallen, dann ist unser, das ist unser größter Albtraum. Ja, Leute, niemand will runterfallen jetzt. Man muss geschickt und Marco muss man auch geschickt sein, Leute. Wir sind schon ab Höhe 25. Da ist Eisen Redstone. Da hinten ist, vielleicht geht es auch noch da hinten lang. Und da ist... Trigger. Wir kriegen uns einfach hier... Oh, da geht es runter. Ba-ba-ba-ba! Alter Leute, die sind jetzt unten! Geil! Hier haben wir Redstone. Redstone, Leute, unser Strom in Minecraft. Wenn ihr fragt, da waren noch Diamanten. Ne, das sieht nur so aus. Scheiße! Mann, hier sind noch die ganzen Sachen weg. Und Leute, das kann passieren, wenn ihr keine Rüstung habt. Oh Mann! Wo war denn nochmal unsere Höhle? Jetzt nochmal das ganze Scheiß von vorne. Nein, da geht es hier nicht runter. Mann, ich freue mich nicht. Da geht es runter, Leute. Hier geht es runter. Hier war keine Hake. Dann müssen wir gucken, wo Wasser ist. Trigger, ich triggere mich einfach hier, dass ich nichts... Ich gucke jetzt mal. Hier geht es auf Schilft. Also, am Computer geht der denn auf Schilft? Oder wie das heißen soll. Oder wie das heißen soll. Gucken wir mal hier runter. Leute, da ist Lava, da ist Lava, Leute. Und wir wollen ja nicht in Lava schwimmen, wie eben. Da stand ja irgendwas von. Florian Olms TV versuchte, in Lava zu schwimmen. Ich wollte mal in Lava schwimmen. Ich möchte mal wissen, wie das so ist. So, jetzt ist hier unten keine Lava. Aber deswegen müssen wir aufpassen, dass hier... Oh, Diamanten! Seht ihr das? Da hinten seht ihr das? Da sind Dias. Wir müssen versuchen. Egal, Leute. Die springen jetzt. Drei, zwei, eins. Oh Gott. Alter, Leute, hier seht ihr Diamanten. Oh Mann, hoffe ich habe meine Hacke jetzt nicht verstanden. Da drüben, da bin ich da drüben. Leute, da ist Eisen. Aber wir brauchen ja kein Eisen, Leute. Aber da drüben bin ich fertig, versucht zu schwimmen. Oh Mann, ich bin da drüben. Meine Hacke ist verbrannt. Meine Hacke ist verbrannt. Meine Hacke ist verbrannt. Nein! Oh nee! Wo ist meine Hacke ist noch statt? Da drüben sind Leute Dias. Das haben wir gerade drüben. Deswegen, dass ihr an der Seed. Da drüben mehr Erde und so. Bilderrahmen brauchen wir nicht. Scheiße, das erschwingt in Lava. Hätten wir jetzt da drauf gestanden, dann hätten wir Pech gehabt. Trigger, ich trigger mich immer noch, ey. Ich frage euch, was ist das Wort triggern? Boah, das dauert noch bis da drüben. Triggern, Leute, ist das Wort. Hilfe, Hilfe. Mist! Können wir keine Leiter bauen, irgendwie nach oben? Trigger, trigger, trigger. Ich trigger mich seit heute noch, warum ich jetzt keine Diamanten finde. Aber ich habe doch eben welche gefunden. Das heißt ja, wie findet man Diamanten? Nein, nicht schon wieder. Müssen wir den Müll nochmal machen. Nein, no. Ja, unsere ganze Scheiße ist verschwommen. Schön, jetzt haben wir kein Eisen mehr. Schön, schön gemacht, Florian. Danke, Florian. Scheiße. Müll. Müll. Müll, wir den ganzen Müll nochmal von vorne machen. Das ist total Müll. Aber wenn ich jetzt runterfalle, dann möchte ich aber, dass es die Inventar behalten, heißt das, ne? Inventar behalten. Den Scheiße habe ich vergessen anzumachen. Ich habe gedacht, der hat es schon angemacht. Mann. Mann, ich sterbe gleich von alleine. Mann, ey. Ich habe keinen Bock mehr. Ah, ne. Ich gehe total auf den Sack, ey. Ja, Leute, das war ein kleiner Fail, Leute. Wie findet man Diamanten? Kommt in der nächsten Folge online. Oder in der übernächsten Folge. Wir machen das mal in der übernächsten Folge. Oh, Mann. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja kostenlos kein Abonnieren und Team von Florian uns vorwerden. Ich bin raus. Ciao. Ich bin raus. Ciao. Ich bin raus, tschö. Mit Öle. Ciao. Mit V. Ciao.